Hallo, hier ist der Son aus Berlin. Ja, schaut euch mal das Schöne hier an. Ist das nicht herrlich? Da fühlt man sich doch schon nicht besser. Ich war gerade beim Yoga. Und ich habe da so ein Studio gefunden, das richtig ist. Und ja, jetzt kann ich wieder ein Video mit sich yoga machen. Okay, und ja, hier habe ich ein Paket bekommen von Amazon. Und da sind wahrscheinlich super gut dran. Ich bin voll gespannt, dass da drin ist. So machen wir das zusammen auch. So, das grübste habe ich schon geöffnet. Mir ist ein bisschen schwierig gewesen. Einmal Kakao. Lecker, lecker, lecker. Stark entöl von Rapunzel. Und dann nicht alles super gut. Peanut Butter. Das ist ein ganz von Wiener. Das hat überhaupt keine Zusatzstoffe, kein Öl, nix. Nur Erdnussöl, äh, Erdnussbutter. Und hier Glukuma. Also, das ist das einzige Superfood. Das andere ist noch bei der Nachbarin. Das muss ich noch abholen. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt euch die Noten gefallen. Tschüss.